Hallo liebe Freunde und willkommen zu Let's Play Titanfall Beta. Wir spielen Spielmodus Last Titan Standing. Das heißt, jeder startet in einem Titan, jeder hat nur ein Leben. Das heißt, das Match wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer sein. Oh oh, und da vorne kriegt schon ziemlich was ab. So. Und wir müssen halt versuchen, alle Gegner auszuschalten. Wie gesagt, es gibt keinen Respawn. So, komm. Oh oh. Na komm, okay, der ist Schrott. Titan Assist haben wir immerhin bekommen. Ich glaube, da oben kommt gerade noch ein anderer. Ne, doch nicht. Aber wir haben immerhin noch Grunts auf unserer Seite, das ist ja schon mal was. Auch wenn wir hier als Spieler alle nur in Titans rumrennen, und wir müssen vor allem auch ein bisschen Abstand halten zu den anderen Titans von uns. Weil wenn die hochgehen, dann haben wir verkackt. Denn die Explosion ist so stark, die reißen den anderen Titan einfach mit. Boah, was? Oh, kacke, wo ist der denn? Hinter uns. Alter, warte, der ist unter uns. Okay, unser Titan ist gleich Schrott. Und raus. Mir gegenüber ist der andere Pilot rausgesprungen, auch nicht schlecht. So. So, Grand erledigt. Immerhin können wir jetzt noch zu Fuß rumlaufen, aber wir kriegen keinen Titan mehr. Das ist das Problem. Und wenn wir sterben, ist es vorbei. Scheiße, und das sieht, glaube ich, auch nicht gut aus. Ne, wobei, es steht 3 gegen 3. Krass, es steht echt 3 gegen 3. Der Titan da vorne ist schon Schrott. So, komm, hoch da. So, ich muss mich jetzt hier ein bisschen im Hintergrund halten. So, den Titan da vorne. Die sehen wir mal an. Feuer! Ja, scheiße, aber der ist trotzdem Schrott. So. Wir können uns hier auch echt an den kleinsten Sachen festhalten. Ich habe mich gerade an einem Stromkabel oder irgendwas festgehalten. Und wir haben verloren. Ah, shit. All Titans on your team were destroyed. Die Runde haben wir also verloren. Das ging ja jetzt mega schnell. So, aber es kommt ja jetzt noch Runde 2. Ich weiß nicht, wie lange so ein Match geht. Aber ich denke mal 2 Runden. Ich bin mir nicht sicher. Aber Titanfall und wir sind da. So, last Titan standing. Auf geht's. So, wir können uns natürlich auch hier so schnell hin und her bewegen, um Geschossen auszuweichen. So zum Beispiel. Feuer! Ich versuche jetzt mal ein bisschen was aus der Distanz zu reißen. Ah, das ist blöd. Der blockt gerade meine Schüsse. Mit diesem Energieshield. So. Feuer, Feuer, Feuer! So. Den kriegen wir. Komm schon. So, der hat schon ganz schön was abgekriegt. Der Schild ist fast down. Wir kriegen den. Komm schon. Komm schon, Kumpel. Feuer, Feuer! Yes! Kurz nachladen. So, Grunt nehme ich mal noch mit. Einfach mal nur so. So. Jetzt müssen wir aber bloß gucken, dass wir die anderen Grunts noch, äh, die anderen Dings noch wegkriegen. Die anderen Titans noch wegkriegen. Ich weiß, ich balle da jetzt gerade Grunts ab, was eigentlich Quatsch ist. Weil da oben kommt schon der nächste Titan. Und ich gucke mal, dass ich hier ein bisschen einen anderen Weg nehme. Oh, komm schon. Ja, der kriegt uns weg, leider. Oh, scheiße. Und da ist schon der nächste. Raus hier! Okay, unseren Titan hat's erwischt. So, und wir springen natürlich auch direkt, wenn wir draußen sind aus dem Titan, in den Tarn-Modus. So, erwischt. Dann kriegen sich noch ein paar Titans, der ist Schrott. Specter erledigt. Und wieder verloren. Ja, shit. Ja, gut. Irgendwie, wir haben noch kein einziges Spiel gewonnen jetzt im Let's Play. Das ist ja unter aller Sau. Aber es geht noch eine Runde. Alter, wie viele Runden gibt's denn? Ja, wahrscheinlich drei, wenn es eins gegen eins steht. Aber wir haben ja sowieso so oder so schon verloren. Gut, aber was soll's? Ganz ehrlich, scheiß doch drauf. So, auf geht's. Ich muss mich bloß ein bisschen zurückhalten. Ich kann da nicht so vorrennen, weil die Titans, die sind zwar geil. Also, die machen mächtig, mächtig Damage. Aber... Wenn's drum geht... Wenn's drum geht, bin ich unterlegen, leider. Oh, das Ding können wir zerstören. Geil. Ich hau da jetzt einfach mal drauf, komm. Aber ich muss es das nächste Mal versuchen. Wenn nochmal so ein Schiff kommt, schieß ich's mal ab. Ich probier's mal. Uh, Raketen haben wir aufgefangen. So, ein Nahkampf. So, jetzt wird's hier ein Nahkampf-Challenge. Komm schon. Komm, ich hau jetzt einfach nur zu. So, yes. Raus, raus, raus. Beide Titans-Schrott. Boah. Aber wir haben sogar überlebt. Alter. Schon wieder verloren. 0 zu 3. Ja. Halftime ist es jetzt erst. Ach, geil. Das heißt, das Match geht sogar noch ein bisschen. Jetzt werden die Seiten getauscht. Nice. Ich dachte, das Match wäre jetzt schon vorbei. So, zack. Titanfall. Und auf geht's. Ich weiß nicht genau. Es kann sein, dass ich keine Videos über 15 Minuten hochladen darf. Von Titanfall, von der Beta. Weiß ich nicht. Muss ich mal eruieren. Ähm. Dann müsste ich das Match in zwei... Äh. Äh. In zwei Teile teilen. Also in zwei Videos unterteilen. Dann lade ich die aber beide gleichzeitig hoch. Also am gleichen Tag. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall verlassen. Hä, hä, hä. So. Das ist ja manchmal so, dass man in Betas nur 15 Minuten Videos hochladen darf. Ich weiß nicht warum. Aber ist halt so. Aber meistens darf man ja in Betas gar keine Videos hochladen. Also beschwere ich mich mal nicht. So, mal kurz nachladen. Ich weiß noch gar nicht, ob's, ähm, Dings gibt. So. Komm schon. Yes. So, der Titan ist Schrott, der andere. Oh, scheiße. Ach, du Scheiße. Drei Titans. Raus, raus, raus. Alter. Wir haben schon wieder verloren. Na gut, was soll man machen? Ganz ehrlich. Wenn man einmal auf der unterlegenen Seite ist, dann ist es vorbei. Naja, aber wir sind immerhin im Mittelfeld. Das geht ja. Und wir sind nullmal gestorben. Was richtig cool ist. Was richtig, richtig cool ist. Naja. So, das war's auch schon wieder mit der Mission. Ich glaub, 15 Minuten waren das gar nicht. War sogar weniger. Viel weniger. Aber, naja. Bisschen XP haben wir gemacht. Bisschen Fortschritt haben wir natürlich jetzt hier auch gemacht in den Challenges. Und ich hoffe auch, man darf das Profil, das man sich jetzt in der Beta quasi anlegt, auch ins Hauptspiel dann übernehmen. Das Hauptspiel startet ja am, ich glaub, 13. März. Und dann hoffe ich mal, dass wir mit der Statistik grad weiterspielen können. Das wär natürlich nice mit dem Charakter. Und, naja. Das war's dann auch schon wieder für diese Runde. Ich mach jetzt auf jeden Fall nochmal die ein oder andere Runde Last Titan Standing. Vielleicht gewinnen wir ja endlich mal. Wäre zumindest mal ganz geil. Naja. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Runde bei Titanfall. Bis dahin. Und, ja. Ciao. Euer Fennec. Euer Fennec. Euer Fennec. Vielen Dank.